hallo youtube und herzlich willkommen zu einer neuen folge hierbei meine lieben ja da sind wir wieder hier hat der chef koch und so steht dass ihr wieder dabei seid und auch dankeschön dass ihr so kräftig in die kommentare geschrieben habt was ich wie machen soll na und da gucken heute natürlich auch mal ob man das so hinbekommen und zwar meintet ihr im sinne des fleisches soll ich dann auch immer nur eins drauflegen da gucken uns natürlich alles an aber wir müssen zu aller erst natürlich das machen wir erst einmal zu hier so und wir müssen genau erstmal bis so wir brauchen erstmal kohle und dann machen wir das nämlich erstmal hier rein so und wir brauchen natürlich auch anzünder und die machen wir auch hier rein so dann machen wir das ganze an fleisch mäßig und dann machen wir jetzt erst einmal das hähnchen fertig so der haalt war da war da war da was hingedanken wo ist es hin auch nur jetzt ist es weg aber ich werde kloppt jetzt ist es weg auch nie auch verdammte axt gut okay also müssen wir noch mal hähnchenfleisch holen dann müssen wir mal kurz rüber flitzen das ist ja jetzt richtig blöd so warte so wir nehmen das so und danke so nochmal einmal zu das war jetzt richtig blöd na es war jetzt richtig blöd na ja gut wenn es wird so schon losgeht kann es nur besser werden doch einmal aufmacher so und dann haben wir das hier so und dann machen wir das ganze zu was brauchen wir denn speisekarten so was brauchen wir denn ja genau das hier rüber und das hier rüber so und wir häften uns das ganze einmal an und wir brauchen rote paprika grüne paprika die haben wir natürlich nicht da deswegen flitzen wir da noch mal los so machen wir hier zu ach gucke gut da haben wir es da haben wir es das gute zeug jetzt wieder hin weil ich denn los jetzt kommt jetzt kommt wenn man das ganze zeug erstmal mit ihr stellen das ist den los mensch ist nämlich die kiste mit sie rüber dann packe ich die jetzt so wohl die andere kiste wieder ja warte mal so zack jetzt haben wir das wünschen alles da in der letzten oder in einer folge war es so meine lieben da habt ihr den tun nicht gehört beziehungsweise habt ihr mir in die kommentare geschrieben das ist da wo mit dem tun ein bisschen ein bisschen suboptimal war und das war ganz einfach so weil es war die tonspur drin und da hat youtube gesagt naja also hier vom radio hier vom radio die tonspur war drin und da hat youtube gesagt nö lassen wir mal brauche ich nicht und deswegen so da haben wir hier okay ihr habt auch gesagt nur von einer seite ja also nehmen wir das schwarze und dann machen wir das so und dann haben wir dass sie immer drauf so dann nehmen wir uns schon mal einen teller in den schon mal hier her und dann sollten wir grillen ok kartoffeln schneiden der worte die brauchen wir nicht schneiden da warte mal in rote paprika grüne paprika dann gibt man das ehemal da dann kommen wir das nämlich immerher drauf tun das immerher drauf tun und das immerher drauf tun und ja da war es halt so dass ja wegen der musik nicht deswegen musste ich das halt so umstellen und war halte bisher war halt ein bisschen blöd aber ist halt so und deswegen war dann halt der klang auch so ein bisschen suboptimal das tut mir auch ganz toll allein jetzt aber weil ich so führen jetzt nehmen wir das packen das hier her so schneiden die kartoffeln schneiden okay das ganze mal so hierhin packen das hierhin nehmen unser messer wogeln das immer klein messer dort wieder rein packen die natürlich so hierhin und das andere sollen wir nicht schneiden hierhin und hierhin so jetzt sind wir natürlich die teller bringen das ganze hierher servieren backen etwas verkocht fehlende zutat salz aber wir haben doch selbst gemacht so was haben wir gemacht ach jede seite aber haben wir doch gemacht jede seite backen haben wir doch chili pfeffer nette gut dann müssen wir noch gucken wo man chili pfeffer her bekommen da wir machen schon mal auf hier und so machen wir hier schon mal so und dann gucken wir mal ja und zwar nehmen wir das weg und machen das jetzt aber da bildes fleisch heften wir uns schon mal an und dann gucken wir nämlich mal dann nehmen wir das einmal und das hierhin so dann sollten wir natürlich einmal klein hacken so und dann jede seite backen noch so sei es als pfeffer 12 da dann machen wir das ja und dasrios minute ruf und was zurück so dann brauchen wir noch eine tomate so tomate 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 nehmen wir uns und die natürlich mal noch mit ruf essen ist sofort an mehr ist ist schon an werkeln der herr ist schön am berg einmal einmal hierhin nehmen wir und zack und zack auch mal die natürlich einmal mit drauf nach petersilie brauchen wir auch noch und dann können wir das ganze servieren verkocht will die zusatz sei verstehe ich nicht das verstehe ich nicht das geht mir das gibt mir gerade echt nicht in sinn warte mal ich will mal noch mal ich würde gern noch mal was bauen hat mir das was nicht und zwar würde ich gern mal noch so ein wo das beständen neben ständen was nicht beim möbeln wo das ganze war noch küchenschrank nähe nähe du hast nicht war denn das jetzt war denn das jetzt ein schrank nähe stationen nähe das muss auch nicht oberflächenschild nähe ok 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 so die hand so alles klar danke ihnen wenn es wieder mal so passt dass sie rein ihn ebenso ja kopf es hat geschmeckt da können wir das erst mal ok das ist fertig so ist da am werkeln ok aber jetzt muss ich doch noch mal gucken wo war denn das auch denkt da ich weiß das jetzt noch muss ich noch mal gucken ihr war es nicht ich war doch so oder mal das ist eine spüle regal kublade offener schrank nähe so hier war es auch nicht drin das freut mich wenn es schmeckt das freut mich als sie nicht fertig okay alles gleich komme ja danke ihnen so menschen sieht schon wir da aus wieso da muss man zumal hier wegnehmen hier so das natürlich wegnehmen und dann muss man ja einmal wie sie wie sie machen das wird ordentlich ist kommen sie ruhig rein der herr so bitte ihnen danke einmal hübsch machen hier das ganze dann hier mal noch ein bisschen hübsch machen schmeckt das ist doch wunderbar bei ihm so ich zugreifen sie zugreifen sie zu dann hier mache ich nochmal zu klein anzünder das ist ja schön aber ich bin mir jetzt echt nicht sicher so daher ist fertig wie hat es geschmeckt wunderbar dankeschön bei ihnen auch alles okay wunderbar ich danke alles klappt wir haben zu uns bald wieder so hier erst einmal mal kurz waschen so wie sieht es aus ja greifen so ich suche es genug für alle da ja wird gewitz wird gewitz so alles klar gut pass auf da machen wir hier schon mal um mir schon mal zu da können da wir uns noch alles gehen muss ich doch noch mal gucken wo ich das antwort dann hat er hier na ja das ist ein bisschen durfte ich alles gleich komme wie war es gut danke und bei ihnen auch alles gut soweit wunderbar ich danke da können wir natürlich auch gleich mal sauber machen und dann spielen wir hier noch fertig ab das ganze und dann haben wir schon wieder einen tag durch ne aber ich müsste mal noch gucken wo finde ich denn wo finde ich denn den den chili pfeffer wirst du wie ich mein so und das mit dem salzen von einer seite her ist ein bisserl da zieht uns ein bisserl was ab ich glaube wir müssen das schon von beiden seiten salzen und so also würzen generell also auch nicht nur von ihrer seite sein glaube ich vielleicht können wir das ja können wir morgen noch mal warm machen würde ich sagen oder was meinten ihr so haben wir ja noch irgendwas ich muss jetzt aber noch mal gucken warte jetzt muss ich schon noch mal möbel so warten und warten muss doch so ein servierding oder wo war denn das station so was haben wir hier die salter das ist das schneidestation nach hier war es doch mit dabei ja hier war es doch mit dabei genau da kann ich nämlich auch mal solche hier paar gerichte mehr und so machen na so was gibt es noch speisekarte das hähnchen so was haben wir noch was gibt es noch schön ist so bei suppen sind wir noch nicht das ist halt alles ein bisschen ja gut okay müssen wir sehen müssen wir sehen müssen wir sehen so okay wir brauchen dann beim nächsten tag darf man nicht vergessen brauchen wir hier ein bisserl und wir waren wir nicht aus die dazu wunderbar und ab nach hause würde ich sagen und ihr meine lieben ja lass natürlich sehr gerne däumchen da schreibt was nette sind die kommentare und dann sehen wir uns nämlich in der nächsten folge wieder denn der nette her geht jetzt erst mal pen und ihr wie gesagt lasst das däumchen da schreibt was nettes in die kommentare bis dahin bis und ciao